Heute wollen wir im Omnia ein bisschen kochen und zwar wollte ich machen eigentlich Hackbällchen auf Kartoffeln und Gemüse. Hackbällchen habe ich keine Lust zu machen hier, deswegen haben wir jetzt Bratwürste genommen, die werde ich gleich häuten quasi und dann in kleine Frikadellen rollen und dann halt mit Kartoffeln unten drunter, also alles in Pott, heißt das glaube ich, ne? Und dann werden Kartoffeln erst vorher vorgegart im Omnia ungefähr 25 Minuten, dann kommt der Rest dazu und dann schauen wir, was draus wird. Ja und das Rezept ist von wem? Eigentlich von vier Reifen, ein Klo, aber ich habe da ein bisschen umgewandelt, weil Marco macht keine Zucchini, deswegen mache ich jetzt Pilze mit rein, mache ich ein bisschen Lauch mit rein, statt die Hackbällchen, wie gesagt, die Bratwürste, ich konnte jetzt noch Hackbällchen dazu machen und dann schauen wir mal, was draus wird. Ja und ihr seid dabei und nach der Wendung geht es weiter. Kali ist meine Öl-Essig-Pumpe, sage ich mal. Da habe ich die Hälfte Öl, die andere Hälfte Essig und dann kann ich halt portionieren, ob ich nur Öl haben möchte oder gemischt, dann für Salat oder nur Essig. Ich finde, ich liebe dieses Ding. Das habe ich mal Fritz Bergermann gekauft. Ich liebe es einfach. Kann ich nämlich schön jetzt nur Öl für die Kartoffeln zum Einlegen. Perfekt. So und mein Gewürzregal liebe ich auch total. Da kann ich alles mitnehmen, selber beschriften, es kippt nichts um und dann kann ich schön alles mitwürzen. Wie gesagt, erstmal die Kartoffeln. Die müssen dann 25 Minuten in Omnia erstmal, bevor ich dann den ganzen Rest näher dazu packen kann, nachdem ich es geschnibbelt habe, damit die dann gar werden. So, die Kartoffeln habe ich vorgeschnitten und eingelegt mit Öl, ein bisschen Gewürzen. Die Hackbällchen, also die ehemaligen Bratwürste habe ich gehäutet und dann in Bällchen geformt. Die werden vorher angebraten. Die Kartoffeln werden 25 Minuten schon mal vorab in Omnia angegart, damit die halt nicht so hart sind. Und dann kommt das Gemüse oben drauf, die Hackbällchen und der Väter. Dann schauen wir gleich, wie es schmeckt. Ach, was ich noch sagen wollte, die ganzen Sachen, die wir eben vorgestellt haben, beziehungsweise Tanjas Lieblingssachen, die findet ihr unten bei uns in der Videobeschreibung. Ja, und für mich gehört zum Tochen am Wochenende mal lecker bisschen Wein dazu. Prost. Prost. Die Kartoffeln sind 25 Minuten vorgegart. Sehr schön. Kommt jetzt erstmal die Hälfte des Gemüses mit drauf, dann kommt von dem Väter die Hälfte drauf, dann die Hackbällchen, dann nochmal Gemüse, dann nochmal Väter und dann nochmal 25 Minuten auf mittlere Flamme. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Aber es wird wahrscheinlich schmecken. Nur heiß ist es. Das ist schon mal. Das sind sehr schön. Wie kann ich so蘇 лишь da in der Pizza blauen sitzen? Kann ich ziemlich ist. Könnte knapp werden. Ja, aber eigentlich hätte ich noch viel mehr rein gesollt. Ja, dann sollte jetzt mal die Hackbällchen noch drauf. Das ist ja wichtigste, nun fehlt da. Gemüse ist nicht so wichtig, ne? Ja. Achso, das Gemüse habe ich vorhin auch mariniert, ein bisschen mit Öl, Salz, Pfeffer, ich habe noch ein bisschen Paprika und Curry dran gemacht, ein bisschen Pizzagewürz, der Geschmack bekommt. Tja. Dann gleich. Auch der war neben. Weich steckt da drauf. Und wie lange muss er da noch? 25 Minuten noch mit der Klamme. Jo, es sieht essbar aus. Guten Appetit! Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020